Der vielleicht umstrittenste Film der Star Wars Reihe kommt wieder ins Kino. Episode 1, Die dunkle Bedrohung. Ob der Auftakt der Prequel-Trilogie wirklich so schlimm ist, wie Boomer uns weismachen wollen, oder ob wir es vielleicht sogar mit einem verkannten Meisterwerk zu tun haben, klären wir heute bei Was mit Film. Hallo, lo Burschens! Um es mit den Worten unseres Lieblings-Star-Wars-Charakter, Jaja Wings, zu sagen. Ich hoffe, ihr fühlt euch schon getriggert, denn wir wollen heute über Star Wars Episode 1 sprechen. Aber bevor wir das tun, Antje, frage ich dich. Was hast du eigentlich für einen Bezug zu Star Wars? Du hast vorhin erwähnt, du hast seit 2011 jetzt Episode 1 mal wieder gesehen und hast noch nie öffentlich über Star Wars gesprochen im Internet. Eine Premiere heute, ich bin so gespannt. Erzähl doch mal. Ja, ich ziehe mich bei Diskussionen zu Star Wars immer raus, weil ich zum einen alle Filme, also alle der Prequel-Trilogie und der Original-Trilogie, die habe ich das erste Mal 2011 gesehen. Das weiß ich noch deshalb, weil ich weiß, wo ich die gesehen habe. Und ich habe nur in diesem Jahr dort gewohnt. Und habe die alle am Stück gesehen, auch mit einem riesengroßen Star-Wars-Fan an meiner Seite. Und ich muss leider sagen, es ist auf mich gar nicht übergesprungen. Das war auch in einer Anfangszeit, in der, oder in der Anfangszeit meines, ich gucke alles an Filmen, was es halt gibt und auch breit gefächert, auch alte Sachen. An dem Moment war ich noch nicht zu dem Zeitpunkt. Und ich konnte mich noch nicht so wirklich auf Dinge einlassen, auf die ich selber eigentlich gar nicht so Bock habe. Also ich war noch nicht so in der Phase, ich lasse mir gerne Filme zeigen, auch aus meiner Komfortzone außerhalb davon. Und deshalb habe ich diese Filme damals gesehen. Sie sind überhaupt nicht auf mich übergesprungen. Und dann war das Kapitel Star Wars für mich zu. Und ich habe mich, weil ich weiß, wie hitzig der Diskurs zu Star Wars ist, habe ich mich nie am Star Wars Diskurs beteiligt. Nie. Weil ich aber auch sagen muss, ich muss mich auch nicht zu allem äußern. Erst recht nicht, wenn ich weiß, dass das mit einer sehr großen Fanbase verbunden ist, die halt ihren Bezug dazu hat. Und wer bin ich denn zu sagen, die Filme sind doof, weil ich habe keinen Bezug dazu. Und dann habe ich die neue Trilogie allesamt im Kino gesehen und mochte Episode 7 total gerne. Habe mich auch im Vorfeld super vom Hype anstecken lassen, weil das mal cool war, was für einen krassen Hype ein Film ausgelöst hat. Also zum damaligen Zeitpunkt habe ich das noch nie erlebt, was für einen krassen Hype ein Film im Vorfeld auslöst. Ich habe mich da total von anstecken lassen, habe ich den geguckt. Ich fand den richtig gut, hat mir total viel Spaß gemacht. Es war ein schönes Erlebnis, Star Wars im Kino zu sehen. Dann habe ich 2 und 3 geguckt. Die sind mir leider auch wieder komplett am Arsch vorbeigegangen. Beim 3. bin ich im Kino eingeschlafen. Also 8 und 9 meinst du jetzt? Genau, 8 und 9. Und bin im Kino bei Episode 9 eingeschlafen, habe nie die Muße gehabt, das in irgendeiner Form nachzuholen. Und deshalb war das jetzt eigentlich für mich, also Rewatch ist eigentlich falsch. Ich habe es gestern als erste Sichtung betrachtet. Okay, das macht es für mich umso spannender, muss ich sagen. Dann noch eine Frage. Hast du damals, als du 2011 Star Wars zum ersten Mal gesehen hast, in welcher Reihenfolge hast du das geguckt? Kannst du das noch sagen? Das weiß ich nicht mehr. Aber ich gehe stark davon aus, dass das 4, 5, 6 und dann 1, 2, 3 gewesen sind. Okay, also in der chronologischen Erscheinungsreinfolge. Ja, weil ich auch tatsächlich diesen ganzen Star Wars-Hype, dadurch, dass der mich so wenig interessiert hat und ich mich so wenig damit zusammen, damit befasst habe, habe ich auch erst relativ spät erfahren, wie die eigentlich erschienen sind und was überhaupt da der vorherrschende Diskurs ist, dass die Prequel-Trilogie von allen gehasst wird und so weiter. Das habe ich erst später mitbekommen. Also daher muss es 4, 5, 6, 1, 2, 3 gewesen sein. Okay, also das, was du da ansprichst, das ging mir ehrlich gesagt ganz genauso. Beziehungsweise, um da in meine Star Wars-Historie ein bisschen tiefer reinzugehen. Bei mir war es so, dass Episode 1 der erste Star Wars-Film war, den ich jemals gesehen habe. Und meine Eltern dachten irgendwie, wahrscheinlich für kleine Jungs ist Star Wars einfach der Go-To-Kinofilm. Ich hatte eine Anakin Skywalker-Uhr mit seinem komischen Podracer-Helm. Die konnte man dann so aufklappen und unter dem Gesicht von Anakin Skywalker war eine digitale Uhrenanzeige. Das war, glaube ich, extrem uncool. Vielleicht wurde ich dafür verprügelt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte das Podracer-Rennspiel. Ich hatte eine so große Jaja Binks-Wüste, die man auf der Rückseite öffnen konnte. Und da war die Unterwasserstadt der Gungans drin. Das war ehrlich gesagt ziemlich cool. Klingt aber eigentlich ganz cool. Ja, ich habe die sogar noch im Keller. Wieso habe ich sie nicht mitgebracht? Verdammt. Ich hatte wirklich einfach alles, was es an Star Wars Episode 1 Merch gibt. Und dieser Film bietet sich ja auch durchaus an, um alles, was sich darin befindet, irgendwie in ein Spielzeug zu verwandeln. Und habe dann irgendwann, als ich so angefangen habe, mich mit Filmen zu beschäftigen, also auch so um 2010, 2011 rum, und die Podcast-Welt so ein bisschen entdeckt habe, habe ich bemerkt, oh wow, die Leute finden Episode 1 gar nicht so gut. Und scheinbar ist es sozial vollkommen unakzeptiert, Episode 1 cool zu finden. Und dann habe ich das so für 10 Jahre auch abgespeichert in meinem Kopf, bis ich das eigenständige Denken irgendwann wieder lernte und dachte, nein, fuck man, Episode 1 ist geil. Und als ich das gestern Abend mir nochmal angeguckt habe, den Film, hat sich das für mich nochmal total bestätigt. Ich war wieder schockverliebt darin. Und ich glaube, ist es so, die alten Star Wars Filme sind ja von Boomer oder einer noch älteren Generation gesehen worden, die dann 16 Jahre auf Episode 1 warteten, wo du gerade sagtest, ein Film mit einem krassen Hype, das galt ja nicht nur für Episode 7, sondern für Episode 1 ja auch ganz, ganz krass. Den ich natürlich, oder den wir beide nicht mitbekommen haben, oder? Den wir verpasst haben, genau, ja. Aber ich wiederum bin jetzt aufgewachsen und andere Millennials mit der Prequel-Trilogie. Und das ist so deren Star Wars Herzstück, Kernstück. Und ich finde, die haben einfach ihre ganz, ganz eigenen Qualitäten, auf die wir vielleicht gleich noch einkommen und auch sicherlich eigenen Probleme. Aber ich habe das Gefühl, das ist so eine Meinung, die wird uns von Boomer so ein bisschen übergestülpt, die ihr schöne Star Wars nicht mehr in den Prequels wiederfinden und sagen hat, dass sie hier Jaja Binks und CGI und Yoda ist ein Flummi und mit diesen ganzen langweiligen Argumenten daherkommen. Dabei finde ich, haben diese Filme und auch insbesondere Episode 1 so, so viel zu bieten. Und ich bin auch beim Gucken, um das jetzt schon mal zu sagen, richtig, richtig sauer geworden auf Episode 7, 8 und 9, die ja wirklich mit dieser Arroganz daherkommen. Ich glaube, der erste Satz von Episode 7 ist, this is to set things right. Also wirklich zu sagen, so, wir bügeln das jetzt mal alles weg, was da passiert ist vor 16 Jahren mit der neuen George Lucas Prequel-Trilogie. Und da muss ich sagen, nein, die haben nicht abgeliefert, die Sequel-Trilogie. Aber die Prequels haben Szenen, die werde ich für mein Leben nicht mehr vergessen. So, Andi, jetzt habe ich so viel geschwärmt, du geredet, wie ging es dir denn jetzt bei deiner eigentlich quasi erstmaligen Sichtung von Episode 1? Wie fandest du es? Also erstmal ist es super entspannt, das so zuzuhören, wenn man in, wenn man so einen, einen popkulturellen, Klassen, nenne ich Klassen, popkulturellen Alterskampf oder Generationenkampf mitbekommt und man ist einfach auf gar keiner Seite. Das ist erstmal super entspannt, weil mich das alles, und das muss ich sagen, das hat Star Wars 1 bei mir nicht geändert, mir geht das erstmal alles am Arsch vorbei. Ich werde, also ich habe gesagt, ich habe zumindest jetzt die Motivation, auch das alles nochmal zu gucken. Ach cool. Damit ich auch endlich ein Standing für mich habe. Ich will mich in Zukunft auch nicht positionieren müssen, weil dafür wird mir das, das kann ich glaube ich jetzt nach Teil 1 sagen, dafür wird mir das weiterhin zu egal sein und dafür ist für mich einfach der Diskurs über die Star Wars Filme, der Diskurs hat den Reiz für die Filme bei mir kaputt gemacht, weil ich das Gefühl habe, man muss sich positionieren und ich werde die Filme gucken und ich werde, glaube ich, dann nichts draus machen in irgendeiner Form, dass ich dann mich verpflichtet fühle, mich dazu zu äußern, aber ich möchte für mich ein Standing haben. Das kann ich schon mal sagen. Also ich glaube, ich werde die anderen Filme jetzt auch alle nochmal gucken. Und das ist erstmal super entspannt. Ich habe aber schon direkt gemerkt jetzt bei Episode 1, dass ich einfach für diese Filmreihe und das nähert meine Vermutung, dass es auch im weiteren Verlauf so sein wird, ich bin für diese Filmreihe einfach nicht gemacht. Der erste Part, der im Weltall spielt und die ganzen, einschließlich der Texttafel, diese ganzen politischen Verwicklungen aufdröselt, das ist, als würde ich in einer fremden Sprache zu hören. Das kommt einfach nicht an bei mir. Das rauscht an mir vorbei und ich musste alle fünf Minuten die Person, die neben mir gesessen hat, fragen, worüber reden die da? Ich bin da einfach überhaupt nicht reingekommen. Okay, aber um dich zu beruhigen, das geht, glaube ich, literally jedem so. Also wer mir die Handelsföderation erklären kann und ihre Handelsblockade von Nabu in den Kommentaren, der kriegt von mir die Büste von John Wicks. Nee, und da bin ich schon mal beruhigt. Mir wurde auch gesagt, dass dieser ganze politische Kram in den anderen Filmen kaum noch eine Rolle spielt. Da geht es einfach nur noch um Gut gegen Böse. Und das ist schon mal beruhigend, muss ich sagen. Das gefiel dir also nicht so besonders, wie die im Senat mit ihren komischen Sitzen hin und her geflogen sind? Nein, tatsächlich überhaupt nicht. Also ich habe lustigerweise den Reiz aus dem Anfang, der bestand für mich darin zu sehen, ah, da haben sie das für Traumschiff-Surprise, ja. Ja, true. Und war dann auch ganz angetan davon, wie krass die das Casting bei Traumschiff-Surprise gemacht haben, dass die sich teilweise super ähnlich sehen. Das war dann mein, so konnte ich mich irgendwie bei der Stange halten. Aber in dem Moment, wo sie dann auf dem Wüstenplaneten sind, war ich drin. Ich habe sowieso das Gefühl, dass der Film sich irgendwie in mehrere Parts aufteilt. Und der ganze Part auf dem Sandplaneten zusammen mit dem Pottrennen, da war ich dann plötzlich dabei, weil das war ein wesentlich kleinerer, übersichtlicherer Konflikt. Wenn man mal bedenkt, worum es geht, ja, wir brauchen Geld für Ersatzteile. Er fährt das Rennen. That's it! Und das fand ich so angenehm, weil das war so, das hat so, hat so, so betont, dass es eigentlich, zumindest was so Teil 1 jetzt angeht, dass es ja eigentlich um auch so gerade das Menschliche geht. Und da werden Figuren in Stellung gebracht, die später noch total wichtig sind. und wir sollen Figuren kennenlernen oder sollen die Vorgeschichten von Figuren kennenlernen, die ja eben in der Originaltrilogie noch wichtig sind. Und ich finde, dass das in dem Part auf dem Wüstenplaneten gut funktioniert. Ich finde die auch, gerade Liam Neeson und Ewan McGregor zusammen, finde ich super sympathisch. Ich habe mich immer mal wieder so vergewissert bei meinem Beisitzer, dass es offenbar keine exotische Meinung ist, zu sagen, Anakin Skywalker ist kein cooler Charakter. Wenn du das jetzt schon denkst, Antje, dann wart noch mal auf den nächsten Zweifeln. Ja, ja, mir ist schon bewusst, was mit ihm passiert. Alles gut. Und genau, dann der ganze Fahrt auf dem Wüstenplaneten hat mich abgeholt. Das Porträt finde ich super inszeniert. Ich finde auch, dass das nach wie vor richtig gut aussieht. Das ist für mich auch das am besten aussehende Effektspektakel im ganzen Film, muss ich sagen. Das Porträt. Genau. Und das ist auch teilweise so clever gefilmt, also dass man in dieser kurzen Zeit eine total gute Übersicht über die Strecke bekommt und so weiter. Das sind dann schon wirklich die inszenatorischen Stärken von Episode 1. Dann sind sie aber wieder weg und ich würde sagen, der dritte Part des Films ist dann so diese finale Schlacht, die auf verschiedene Setpieces aufgeteilt ist und insbesondere der Part, der nicht im Weltall spielt, sondern es ist auf diesem Planeten halt da. Auf Naboo. Genau. Da muss ich leider sagen, Alter, sieht das scheiß aus. Und das kann man... Oh, interessant. Und man kann mir nicht erzählen, dass das früher nicht aussieht. Also du meinst, wie die Gungans gegen diese Droiden kämpfen und Jar Jar Binks mit seiner Trotteligkeit die großen Bummer auf diese Geräte draufwirft. Genau. Ich muss immer an diesen alten Windows XP... Ich auch. Das habe ich gestern auch gesagt. Diese grünen Hüte. Genau. Eins zu eins. Das habe ich gestern gesagt. Das sieht aus wie der Startbildschirm von Windows. Genau das habe ich gesagt. Und was ich im Vorfeld auch so ein bisschen recherchiert habe, ist, dass die ganzen Setpieces, dass die ja... Die sind nur in den Orten gebaut, an denen auch Figuren agieren. Das heißt, die sind ungefähr auf Augenhöhe und alles dahinter ist halt digital. Und ich finde, dass man das so krass sieht. Auf den Hintergründen, da befindet sich ja gar kein Detailreichtum. Und ja, mir ist schon klar, wir müssen hier... Wie viele Jahre zurückgehen? 2001 sind wir hier? Glaube ich. Also wir müssen über 20 Jahre auf jeden Fall zurückgehen. Und mir ist schon klar, dass man das nicht mehr an den heutigen Effektmaß stehen, messen kann. Alles fein. Aber man kann mir nicht erzählen, dass es nicht damals schon Filme gab, die besser aussahen als das. Und es hat manchmal so das Gefühl... Also... Objection! Nein, und lass mich noch eine Sache sagen. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass George Lucas einen Computer entdeckt hat und Computer-Effekte für sich entdeckt hat, hat er sich gesagt. Und deshalb muss da noch ein Viech hin und da muss noch ein Wesen hin und da muss noch ein tiergleiches Tier hin. Wir müssen den ganzen Bildschirm vollballern, damit es möglichst lebendig aussieht. Und in gewisser Weise tut es das auch. Aber es sieht halt so unfassbar künstlich aus. Und ich muss... Also das ist mir... Es bezieht sich nur... Fast nur auf den dritten Part. Weil auch... Ich finde, auch heutzutage könnte man sowas wie Jar Jar Binks in der Qualität nicht mehr bringen. Aber ich glaube, das war damals okay. Ja. Diese finale Schlacht gegen die... Was sind's? Truinen? Die geht aber meines Erachtens gar nicht. Also das ist interessant. Ich finde zwar, dass das komplett unecht aussieht, aber ich muss sagen, diese Künstlichkeit gefällt mir total. Okay. Das sieht ja wirklich aus wie Spielzeuge, die man so aneinander schlägt. Aber ich finde, die sehen dabei so greifbar aus. Also wenn ich jetzt dagegen zum Beispiel der Hobbit 3 oder sowas halte, da würde ich denken, da packen die da so fünf Schichten Weichzeichner drüber, bis man überhaupt nicht mehr sieht, was da passiert. Und dann sieht das vielleicht irgendwie ein bisschen echter aus, aber es ist auch ganz schäbig anzusehen. Und hier finde ich, man sieht ja diese Landschaft und man denkt, nichts ist hier echt. Aber ich finde, auf so eine schamlose Art und Weise, dass ich das richtig toll finde eigentlich. Und ich finde auch, dass dieses krasse Abheben vom Greenscreen, das es da ja teilweise wirklich gibt. Also wo die da auf Chorus sind, diesem Stadtplaneten, auf dieser Plattform stehen und man sieht so richtig diese Ränder um ihre Köpfe. Ich finde, das sieht natürlich irgendwie künstlich aus, artifiziell, aber es hat so was knackscharfes alles, weißt du? Das ist alles so greifbar. Und das finde ich, das wird auch in der Prequel-Trilogie hinten raus ein bisschen schwieriger. Aber hier, ich finde das immer noch toll. Also ich könnte mir, ja, also ich glaube schon, dass es heutzutage einfach sehr schwierig ist, sich in die damalige, in den damaligen Status Quo der Effekt schmieden, wie das damals so war, da hinein zu versetzen. Es ist einfach nur meine Empfindung und ich habe einfach das Gefühl, ich habe da schon Besseres gesehen, auch in dem Zeitraum. Was ich aber, und ich habe ja jetzt das letzte Drittel so ein bisschen sehr negativ hervorgehoben, was ich dem letzten Drittel aber zugute halten möchte und das ist, finde ich, was ich so in der Form, glaube ich, in anderen Filmen noch nie so richtig gesehen habe, fällt da spontan lediglich Tribute von Panem Mockingjay Teil 1 ein, dass man eine Action-Szene hat, die an mehreren Orten spielt und wodurch dann eben die Dynamik halt so passiert und die Action-Szenen sind auch alle komplett unterschiedlich. Also wenn ich dann den finalen Kampf zwischen Darth Maul und Liam Neeson und Ewan McGregor habe, das ist ja fast Martial Arts. Also das ist ja... Total, das hat diesen ganz neuen Wusha-asiatischen Kampfstil einschaut, den es gar nicht gab in der alten Trilogie. Genau, der Darsteller von Darth Maul ist ja auch nur deswegen engagiert worden. Also ich habe herausgefunden oder habe recherchiert, der wurde ja im Nachhinein nachsynchronisiert, weil seine Stimme nicht gruselig genug war. Der wurde einfach nur engagiert wegen seiner Martial-Arts-Künste und das ist dann wieder... Die Szene fand ich grandios und mein Vergleich zur Tribute von Pan im Mucking-J-Tile 1 rührt daher, dass es da auch eine Szene gibt, in der zwei Action-Szenen gegengeschnitten werden. Beziehungsweise zwei sehr wichtige Szenen. Meist du den Dammbruch und der Song? Genau. Beziehungsweise den Dammbruch und dann die Erzählung von, ich weiß gerade nicht, wie der Schauspieler heißt, der ehemalige Schützling von President Snow, wie er erzählt, was ihm widerfahren ist. Und wir springen immer wieder hin und her zwischen der Action beim Dammbruch und zwischen seinen Erzählungen und wir können uns überhaupt nicht entscheiden, welche Szene gerade spannender ist. Und hier hat man es eben auch. Hier sind es ausschließlich Action-Szenen, die immer wieder gegengeschnitten werden einander. Bei Panim sind es nicht zwei Action-Szenen, aber auch zwei Set-Pieces, die gerade extrem viel Spannung in sich bergen. Und das muss ich sagen, das ist mir positiv aufgefallen im finalen Drittel. Aber alles, was halt mit den Droiden zu tun hat, das hat mich immer wieder rausgerissen. Also das ist eigentlich so ein ganz altes Star-Wars-Pattern. Wenn ich jetzt an Episode 6 denke, da hat man die Ewoks am Boden, in der Luft gibt es einen Raumkampf und Luke ist gerade beim Imperator und kämpft da. Also immer diese Gleichzeitigkeit vom großen Finale, das gibt es eigentlich ganz oft bei Star Wars. Und ich finde, dahingehend ist Episode 1 auch fast so eine Art von Soft-Reboot, wie das ja auch viele zu Episode 7 sagen, weil man ist wieder auf Tatooine, man hat da wieder jemanden, der aus dieser Wüstenwelt in die große Welt rausgehoben wird. Man hat am Ende wieder diesen, irgend so ein großer runder Ball, muss zerschossen werden im Weltall. Aber zugleich hat man hier so viele neue Ressourcen, aus denen Star Wars dann in den nächsten zwei Filmen auch schöpfen wird, dass ich finde, diesem Film wird absolut zu wenig Liebe entgegengebracht. Jetzt haben wir nur noch so wenig Zeit, Antje, aber ich muss dich ganz schnell noch, oder sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nur um das dir ganz kurz beizuflichten in der Richtung, wie gesagt, der Film hat mich jetzt nicht zum Star-Wars-Fan gemacht. Was ich erwartet habe, nach all den negativen Stimmen im Internet, war eigentlich eher ein Film auf dem Level von Indiana Jones 4. Und ich muss sagen, das ist der nicht für mich. Also der ist, der hat auf jeden Fall seine Schwachpunkte. Und ich bin gespannt, wie sehr sich die Qualität von Star Wars Episode 1 dann abhebt zu den vermeintlich wesentlich besseren Filmen. und vielleicht sage ich, wenn ich dann die Original-Trilogie nochmal geguckt habe, ja, unter diesen Umständen ist die Prequel-Trilogie natürlich komplett bescheuert, aber ich bin da dann doch, das sage ich gerne mal, ich sage es auch hier wieder, ich war angenehm wenig genervt. Ach, schön. Und wie gesagt, fand den Mittelpart richtig gut sogar. Und ja. Dann will ich jetzt nur noch ganz schnell von dir wissen. Jar Jar Binks, was sagst du dazu? Ist er wirklich der schlimmste Filmcharakter, den du jemals in bewegten Welt gesehen hast? Nee, dafür ist er mir nicht ätzend genug. Also ich sehe den und denke, man könnte die Figur auch rausstreichen. Sie hat natürlich diesen Touch von er ist drin, damit wir niedliche Spielfiguren verkaufen können. Eigentlich ist er ziemlich eklig. Ich finde, das ist gar keine niedliche Figur. Und ich bin ja auch nicht so der Slapstick-Typ. Das heißt, vieles, was er gemacht hat, ging mir dahingehend auf den Geist, als dass ich gesagt habe, das ist einfach nicht mein Humor. Ich hätte ihn nicht gebraucht, aber es gibt, wie gesagt, mir sind Figuren eher zuwider, die ätzend sind und ich finde ihn nicht ätzend. Ich finde ihn, wenn überhaupt, dann finde ich ihn in seiner Trockenlichkeit nervig. Also wenn ich auf einer einsamen Insel oder einem einsamen Wüstenplaneten ausgesetzt werde und ich habe die Wahl, ob ich mit Anakin oder mit Jar Jar Binks dort eingespelte. Ich würde eher mit save Jar Jar Binks. Ich auch. Was für ein nerviges, besserwisser, klugscheißer Kind. Oh mein Gott. Aber ich finde das, man lacht doch so liebevoll über diese ganzen schlechten Entscheidungen. Ich nehme die Ideen so gar nicht ernst. Ich finde auch die Jar Jar Binks Slapstick, nichts funktioniert da. Das ist nie lustig, wie das gestaged ist. Ja, das ist super. Er sagt, bitte fass nicht den Strahl an, dann wird deine Zunge taub. Und so wirklich so eine Sekunde später macht er das. So kann man doch so eine Comedy-Szene nicht aufbauen. Aber dann sitzt man da und denkt so, ach George, also ich kann ihm das gar nicht übel nehmen. Ja, und dann kommt ja auch immer die Argumentation und da weiß ich nicht so genau, was ich von der halten soll. Aber es wird ja von vielen immer gesagt, bedenkt bitte, das ist eigentlich ein Kinderfilm. Die gesamte Star Wars-Trilogie ist eigentlich eher für Kinder. Aber da muss ich auch wiederum sagen, weil wir haben überlegt, ob wir das Kind, das bei uns unter einem Dach wohnt, ob wir dem ebenfalls diesen Film zeigen. Der ist jetzt sieben. Und dann habe ich aber gedacht, wir haben es am Ende nicht gemacht. Und dann habe ich mir auch gedacht, der hat doch schon nach 20 Minuten keinen Bock mehr, weil der genau, wie wir überhaupt nicht verstehen, was da die politischen Verwicklungen sind. Und nur, weil das Pottrennen wahrscheinlich auch für kleine Kinder sehr spektakulär ist und weil Jaja Binks halt ein Charakter ist, an dem Kinder in ihrer Slapstick-Haftigkeit Spaß haben, weiß ich nicht, ob ich dieses, es ist ein Kinderfilm-Argument, ob ich, also da würde ich fast sagen, das würde ich nicht mitgehen. Also ich, der das als Kind damals gesehen hat, muss sagen, und habe das jetzt auch nochmal so gedacht, als ich ihnen sah, da passiert einfach so viel, dass man gar nicht so viel sich langweilen kann. Gerade diese erste halbe Stunde, da ist man ja alle fünf Minuten plötzlich woanders und die irgendwie fliegen mit dem Raumschiff auf den Planeten und dann sind sie plötzlich unter Wasser und dann fliegen mit dem Schiff durch den Kern des Planeten auf die andere Seite. What the fuck? Da passiert so viel. Man kann sich eigentlich gar nicht aus diesem Film rauslangweilen, finde ich, als Kind. Naja, du kannst es aber auch, glaube ich, nicht so wirklich verstehen. Nee, nee, nee. Aber das kann ich auch bis heute nicht so wirklich, glaube ich. Ich muss doch einmal auf den fantastischen Soundtrack von Episode 1 angehen, denn, ich sage es hier und jetzt, es ist der beste Star Wars Score, den es gibt. Hier hat John Williams sich wirklich übertroffen, auch gerade nochmal im Vergleich zu 7, 8 und 9. Duell of the Fates, das Stück, das am Ende beim Kampf gegen Darth Maul läuft, das ist einfach fast ebenbürtig mit dem, oder es ist ebenbürtig, wenn nicht sogar besser, mit dem imperialen Marsch von Darth Vader. Ich finde es ein absolutes Spektakel und auf dem Soundtrack sind auch noch viel mehr Tracks, die im Film gar nicht vorkommen. Das lohnt sich absolut, da mal reinzuhören. Zum Beispiel das sehr gute Anakin-Theme. Okay, mit diesen schwärmerischen Worten möchten wir dieses doch etwas länger gewordene Video beenden, aber es ist nun mal Star Wars, es ist ein irgendwie umkämpftes Thema, bei dem man schnell ins Labern kommt. Deswegen wollen wir jetzt von euch wissen, liegen wir total falsch? Ist Episode 1 das Schlimmste, was jemals im Kino gestartet ist? Lasst uns das gerne wissen, so sachlich wie es geht, in der Kommentarsektion und gebt uns gerne trotzdem einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Drückt den Glockentopf, den Abo-Knopf und unterstützt uns finanziell mit Whoopi-Whoopies oder wie heißt das? Geld auf Tatooine? Was für bescheuerte Namen! Ich liebe das! Wenn ihr könnt und mögt und möge die Macht mit euch sein. oder wie heißt das? Es braucht einen Daumen nach... Oder wie heißt das? Hallo, Vielen Dank.